Die Live-Streme-Ankündigung und ja, damit herzlich kommt zu einem neuen Part und das regt richtig auf. Beendet die einfach ungefähr bei 10 Minuten, dass halt hier oben Bandicam steht, das regt richtig auf. Wenn ich das kaufe, kann ich auch ein eigenes Wasserzeichen machen, dass man auch sieht, dass mein Video ist. Ich finde das unnötig. Kann man hier eigentlich ganz hoch? Kann man hier eigentlich ganz hoch? Nee, oder? Ja, da könnt ihr richtig geil snipen, wenn ich das mal sagen darf. So. Apropos snipen, wir haben sie wieder. Was wartet ihr denn da alle? Ich gebe ihnen das. Warte, ich mache eine Krüde-Kanate. Und das ist das, wenn ihr eine Sniper dann die Krüder-Granate wirft, dann hört sich auch so an, dass man Sniper. Den haben wir erwischt. Der ist weg. Wenn ich bitten dürfte. Hier kann man auch die auch... Ach, komm. Komm schon. Gehen einfach mal hier hoch. So. Schauen, hier ist keiner. Das war... Das ist gerade der Wager, der ist gerade im Turm, Alter. Oh, Alter, was soll das für ein mieser Schuss? Der eine hat den weggenutzt. Ich habe den weggenutzt, er hat den weggenutzt. Sondern wir jetzt heute uns beeilen, bevor die Bombe explodieren. Der ist auch weg. Danke. Und ich bin wieder drin. Halbwegs. Es geht. Alter, das war richtig knapp gerade. Ah, der war gerade von dem Taser ist der Ton voll nachgegangen. Ich habe geschossen, der macht so viel... Und dann kam der erst nach. Warte es ab, warte es ab. Warte es ab, warte es ab. Oh, shit. Scheiß Wichser, Alter. Kämpft halt gleich da irgendwo hin. Wo kämpfst du? Hä, wo kämpfst du? Wo kämpfst du? Wo sind die ganzen Kameraden hin? Die wurden hier alle... Ne, die wurden hier nicht alle getötet. Bestimmt getötet, ja. Bestimmt getötet. Junk, Zoom. Oh, shit. Nein! Geweck, geweck, geweck. Lade nach. Ach, ganz chillig weg. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ist ja nicht so, als wären wir gleich sterben. Warum kriege ich eigentlich so genug? Oh, shit. Der Typ hat den gerade richtig weggenutzt. Nicht ich, sondern der andere. Oh, shit. Oh, shit. Halt, die blendet sich schnell. Dann bekomme ich noch Kohle. Dann bekomme ich noch Kohle. Ach, schade. Ich habe trotzdem noch Kohle bekommen, ey. Alter, das war gerade... Ich habe gerade verbindert, so... Das war richtig, aber so mit dem Kopf geschwitzelt. Ne, danke. Flashbang wegschauen. Einmal lächeln, bitte. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Smoke! Wo ist hier eigentlich am besten? Wo denn? Da denn? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Alter, ja, genau. Der schiebt mich genau, wo der Rauch jetzt weggeht. Ach, komm, leck mich doch. Ja, komm. Mach das weg. Darum jetzt bitte. Gib ihn Hedge... Alter. Nimm hier die Bombe. Nimm die Bombe. Oh Gott, ja. Die Bombe jetzt penntet. Ich sehe am besten hier irgendwo eine Ecke. Oder hier. Wer hat sogar auf mich gehört. Was macht der mich? Wo ist hier einer? Hier ist einer. Mach den weg, mach den weg, mach den weg, mach den weg, mach den weg. Gut, 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 gut. Ich suche nach dem nächsten. Der dürfte... Hier ist er. Genau bei euch. Geil. Ich fliege da mir mal zurück. Hier sieht man auch mal die ganze Map. Ich kann mal gern zu Punktweg fliegen. Halt. Hier geht's auch. Hier ist Punkt B. Jetzt bitte die Arca wieder. Komm, nehmen wir einfach mal die Arca wieder. Die Sniper war schon geil und mit der bin ich eigentlich besser, aber das ist was. Glendgranate, bitte einmal lächeln. Okay. So. Die war kacke geworden. Alles was der ist am Geschütz. Wenn die meinen. Ich geh mal hier hoch, wenn's nichts ausmacht. Ne, macht nichts aus. Wenn die explodiert, will ich nicht in der Nähe sein. Und tschüss. Oh, shit. Das war geil. Wir sind sogar erst da. Fünfmal die Bombe gelegt. Und jetzt hat... Geil. Jetzt haben wir sogar das verloren. Die war fair. Aber schießt drauf. Irgend genügend Kohle. Irgend genau. 9100. Ich bin grad... Apropos auf M, kann man das machen. Sondern wir... Warum haben wir eigentlich... Äh, behalten wir nicht das Geld? Wir haben Anfangsgeld, aber das... Ja. Und ich spiel nicht so gern online, weil das sind... Nicht geile, äh, auch auf dem Server. Blume, löse. Kommt nur her. Butsi, Butsi, Buh. Und sie kommen hinher. Schaut auf. Wie geht's? Ja, ja, genau. Komm, Alter. Warum hab ich nicht Messer gezogen? Es wäre perfekt zum Messern. Hey, lass mich los. Okay, wir haben einen gekillt heute. Ein bisschen mehr Almon-Fresser einkill. Was machen die so hier in der Gruppe? Ich sollte vielleicht mit dem mitlaufen. Hier ist nirgendwo einer. Kann man das hier einschießen, ne, gell? Ah, das war das mit dem Fernseher, das ist hier. Immer wenn ich ne Antikotor nehm, nehm irgendwie auch alle die Antikotor bei BOTS. Das war, ne. Äh, du triffst sie nicht, du triffst sie nicht, ich steh dir im Weg. Bezirung. Komm, wenn die Schacht geht, geht das auch nicht. Perfekt. Perfekt. So. Es wäre egal, wenn man als letzter überlebt, dann noch irgendeine Spezialwaffe bekommen. So. Das war halt, wenn man als letzter überlebt, irgendwie ein goldenes Messer bekommt. Das hatte ich apropos. Schau mal. Kann ich ja genau jetzt einblenden. Äh. Ne, weiß ich nicht, ob ich das einblenden. Flowing, ja, die, ah, decoy, decoy. Mit russischem Akzent, decoy, decoy. Kann ich schauen. Wo, bing, bing. Wo, bang, bang. Ich will ein bisschen Kohle wieder ab. Wir haben genau 0 Euro da. Übertreibt der Lage mich, Alter. Oh, shit. Das war geil. Eigenloop stinkt aber wirklich. Äh. Einer fehlt noch. Zwei fehlen noch. Shit. Was haben die für eine Waffe? Alter. Hey, lass mich jetzt, lass mich jetzt los. Ach, der hat ihn wieder. Ja, toll. Komm. Drei, zwei, eins. Glück gehabt. Komm. Ach, scheiße. We must move.